Die Verbindungen zu Putin führt der ungarische Premierminister Orban das Wahlfeld an. Budapest, Russlands Krieg in der Ukraine hat Ungarns Wahlkampf für den moskau-freundlichen Ministerpräsidenten Viktor Orban auf den Kopf gestellt, nur nicht so, wie man denken könnte. Orbans enge Beziehung zu Präsident Wladimir Putin wurde erneut auf den Prüfstand gestellt, seit der revaschistische russische Führer beschloss, die Ukraine, Ungarns Nachbarn, anzugreifen. Und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat gerufen Orban dafür, dass er seinem umkämpften Land keine stärkere Unterstützung angeboten hat. In vielen europäischen Ländern könnte die Haltung des Ministerpräsidenten das Ende einer politischen Karriere bedeuten. Nicht so in Ungarn. Vor der Parlamentswahl am Sonntag hat Orban vermieden, dass der Wahlkampf zu einem Referendum über seine Geschichte mit Moskau wird. Er wird Ungarn aus dem Krieg heraushalten, seine Gegner nicht. Es spielt keine Rolle, dass die ungarische Opposition nicht dafür plädiert, dass Ungarn Truppen in die Ukraine entsendet. Orban hat staatliche Ressourcen und eine freundliche Echokammer der Medien genutzt, um das Gegenteil zu suggerieren. Sein Team hat eine staatliche Coronavirus-E-Mail-Datenbank angezapft, um Gesprächsthemen zu verbreiten, und das Land mit vom Steuerzahler finanzierten Plakaten zugepflastert, auf denen verkündet wird, Lasst uns Frieden und Sicherheit in Ungarn bewahren. Neben Orbans Bild Regierungsfreundliche Medien und Orbans eigene Außenminister werfen der Regierung in Kiew sogar vor, Positionsbündnis zu unterstützen. Umfragen deuten darauf hin, dass die Taktik aufgeht. Orbán liegt in Bezug auf die Unterstützung der Bevölkerung an der Spitze. Ich bin vor dem Herrn nicht für die Menschen in der Ukraine verantwortlich, sondern für die Menschen in Ungarn, sagte der Premierminister am vergangenen Wochenende in einem Radiointerview. Die ungarische Politik, erklärte Orbán, ist weder ukrainefreundlich noch russlandfreundlich. Sie ist ungarischfreundlich. Ein Orbán-Sieg würde in der gesamten EU Resonanz finden. Während der Block in den ersten Wochen des Krieges mit Eifer und Solidarität reagierte, Sanktionen verhängte und Gelder für den Waffentransport in die Ukraine genehmigte, zeigen sich allmählich Risse, und Orbán hat sich strikt gegen strengere Sanktionen gegen russische Energie gerichtet. Eine weitere Amtszeit von Orbán würde die EU auch dazu zwingen, sich endlich einer heiklen Frage zu stellen, ob die Budgetmittel für Budapest wegen der Feststellungen demokratischer Rückschritte gekürzt werden sollen. Orbáns Gegner haben darauf reagiert, indem sie ihre Bemühungen verdoppelt haben, die Beziehung des Premierministers zu Putin hervorzuheben. Der Krieg in der Ukraine und die russische Aggression haben vieles verändert, sagte Klara Dobrev, Mitglied der linksliberalen demokratischen Koalition, die auf der Liste der Vereinten Opposition als Kandidatin Nummer 2 kandidiert. Dobrev, ein Mitglied des Europäischen Parlaments, sagte gegenüber POLITICO, dass der Krieg das Gefühl der Unsicherheit unter den Ungarn verstärkt habe. Jetzt, sagte sie, komme es bei der Wahl am Sonntag auf die Wahl zwischen Orbán oder Europa, das ist die Abstimmung, an. Eine andere Kampagne. Die Ungarn haben am Sonntag die Wahl zwischen Orbáns rechtspopulistischer Fidesz-Partei, die seit zwölf Jahren an der Macht ist, und einem vielfältigen Bündnis aus sechs Oppositionsparteien und ihrem Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten, dem konservativen Provinzbürgermeister Petter Markisey. Während sich die Kampagne zunächst auf Themen wie Korruption, die Wirtschaft und ein ebenfalls von der Regierung für dieses Wochenende geplantes Anti-LGBTQ-Plus-Referendum konzentrierte, änderte der Konflikt nebenan das Gespräch. Der Krieg hat einen Schatten auf den gesamten ungarischen Feldzug geworfen, sagte Orbán in seinem Radiointerview. Die Frage von Frieden und Sicherheit ist jetzt auch Teil dessen, was bei der Wahl auf dem Spiel steht. Und unsere Botschaft ist klar. Nur Fidesz kann Frieden in Ungarn schaffen, nur wir können die Sicherheit des ungarischen Volkes garantieren, sagte der Ministerpräsident. Trotz dieser Rhetorik hat sich Orbán bisher den westlichen Verbündeten angeschlossen, die ihre militärische Präsenz in der Region verstärken und Waffenlieferungen in die Ukraine finanzieren. Budapest erlaubte der NATO, Truppen in Westungarn zu stationieren, und widersetzte sich nicht einem Schritt der EU, 500 Millionen Euro für Waffen und andere Hilfe für das ukrainische Militär bereitzustellen. Ungarn hat auch mehrere Runden von EU-Sanktionen unterstützt, die darauf abzielen, einen Großteil der russischen Wirtschaft vom Block abzutrennen. Aber zu Hause ist Orbáns Botschaft an die Wähler, dass Ungarn selbst keine Waffen an die Ukraine liefern sollte und dass Budapest sich weiteren Schritten widersetzen wird, die der Wirtschaft des Landes schaden könnten, wie etwa strengeren Energiesanktionen. Die Regierung erlaubt auch nicht den direkten Transit von Waffen über die ungarisch-ukrainische Grenze. Wir geben den Ukrainern alles, was wir können, vielleicht sogar über unsere Kapazitäten hinaus, sagte der Ministerpräsident. Aber wir werden ihren Forderungen nicht nachkommen, die unsere nationale Gemeinschaft zerstören würden, weder im biologischen Sinne, indem unsere Söhne im Krieg eines anderen sterben, noch durch den Ruin der ungarischen Wirtschaft. Der Konflikt beschäftigt die Wähler, während einer Wahlkampfveranstaltung in Budaers, einer Stadt außerhalb von Budapest, fragte ein Wähler diese Woche nach der Verteidigung Ungarns und seiner Beziehung zur NATO, eine Frage, die in anderen jüngsten Wahlkämpfen höchst ungewöhnlich gewesen wäre, als lokale Versammlungen dazu neigten sich auf Themen wie Gesundheitsversorgung und Renten zu konzentrieren. Polarisierte Gesellschaft Die Ungarn sind tief gespalten darüber, wie sie Orbans Außenpolitik einschätzen. Laut einer vom Publicus Institute Publicus Institute zwischen dem 7. und 11. März durchgeführten Umfrage sagen 64% der Ungarn, dass die Invasion der Ukraine eher eine Aggression als eine Verteidigung durch Moskau war. Aber dieses Gefühl wird von Orbans Gegnern stark gewichtet. 91% der Oppositionswähler hielten Moskau für den Aggressor, verglichen mit nur 44% der Fidesz-Wähler. Während 90% der Oppositionswähler sagten, Orbán solle Russland härter für den Angriff auf die Ukraine verurteilen, sagten laut der Umfrage nur 8% der Regierungsanhänger, der Premierminister solle seinen Ton eskalieren. Eine separate Studie des Meinungsforschers Median ergab, dass 43% der Fidesz-Wähler, dass Russland in der Ukraine gerecht gehandelt habe. Experten argumentieren, dass die Unterstützung der Fidesz-Wähler für Orbans Politik, trotz eines Moskau-Besuchs im Februar, bei dem er mit seiner herzlichen Haltung gegenüber Putin prallte, teilweise auf die strenge Kontrolle der Regierung über einen Großteil der Informationslandschaft zurückzuführen ist. Seit Wochen verbreiten staatliche und regierungsnahe Medien russische Narrative über den Krieg. Robert Laszlo, Analyst am Political Capital Institute in Budapest, nannte es das Medienimperium der Regierung. Orbans Anhänger, befinden sich in einer so massiven Meinungsblase, sagte er, dass es einfach egal ist, was er vor sechs Wochen oder vor drei Tagen gesagt hat. Es ist eine Blase, die durch Orbans Nutzung staatlicher Ressourcen verstärkt wird, wie die öffentlich finanzierten Plakate oder die E-Mail-Datenbank, die verwendet wird, um Menschen mit dieser Botschaft anzusprechen. Eine Orban-Regierung wird nicht zulassen, dass ungarische Familien den Preis des Krieges zahlen. Wortgefecht mit Kiew Vor dem Krieg unterhielten Budapest und Kiew eine angespannte Beziehung und stritten sich um die Sprachrechte der in der Westukraine lebenden Ungarischsprachigen. Diese Spannungen traten in den letzten Tagen wieder in den Vordergrund, nachdem Zelensky Orban öffentlich tadelte und dem ungarischen Führer sagte, Sie müssen selbst entscheiden, mit wem sie zusammen sind. Als Reaktion darauf entfesselten ungarische regierungsnahe Medien und Social Media konnten eine Flut persönlicher Angriffe gegen den ukrainischen Führer. Einige Orban-unterstützende Medien beschuldigten sogar die Regierung in Kiew, Ungarns Opposition im Wahlkampf zu stärken, und stellten Zelensky als Marionette dar, die versucht, Budapest in den Krieg zu zwingen. Am Mittwoch nahmen die Spannungen zu, als der ungarische Außenminister Petas Cicciato die ukrainische Regierung öffentlich beschuldigte, sich maßgeblich in die ungarischen Wahlen einzumischen. Der Minister behauptete ohne Beweise, die Opposition habe Kiew versprochen, sie werde der Ukraine Waffen liefern und weitere Energiesanktionen unterstützen, falls sie an die Macht käme. Demetro Kuleba, Außenminister der Ukraine, wies die Behauptungen von Cicciato zurück und erklärte, dass sich die Ukraine nicht in die inneren Angelegenheiten Ungarns einmische. Kuleba fügte dann einen spitzen Widerhaken hinzu. Wenn Cicciato eine Auszeichnung, die er von Russland erhalten hat, wichtiger finde als sein Verhältnis zur Ukraine, solle er das einfach sagen. Der Plan der Opposition, Marki Sey, die Kandidatin der Opposition für das Amt des Ministerpräsidenten, räumte ein, dass die Invasion Russlands zunächst einen sammelnden Effekt für Orban zu haben schien. Am Anfang, sagte er, haben wir gemerkt, dass die Menschen Sicherheit wollen und erwarten, dass Orban sie beschützen kann. Nun aber plädiert die Opposition dafür, dass Orban Ungarn nicht verteidigen könne. Nur die NATO kann Ungarn schützen, nicht Orban, sagte Marki Sey am Montag bei einem Wahlkampfstopp in der Stadt Solnok gegenüber Poli Tico. Orban wollte immer Brüssel, die EU stoppen. Jetzt müssen wir alle Putin stoppen, um in Frieden zu leben. Der ungarische Minister Gergely Gullias, der als Stabschef von Orban fungiert, wehrte sich gegen die Kritik. Wir sind ein loyales Mitglied der Europäischen Union und der NATO, sagte Gullias am Dienstag gegenüber Poli Tico und stellte fest, dass Budapest die russische Aggression verurteilt und Sanktionen unterstützt habe. Die Meinungsverschiedenheit, so der Minister, beruht auf der Ansicht der ungarischen Regierung, dass Sanktionen, die Russen und Nicht-Europa bestrafen sollten. Für Gullias könnte die Außenpolitik der Regierung bei den bevorstehenden Wahlen helfen. Ich denke, die Entscheidung der ungarischen Regierung ist populär, sagte Gullias. Ich denke, wenn es die Wahlen beeinflusst, wird es gut für die Regierung sein.